Hey Kinders, was geht bei euch ab? Heute gibt es dieses Bowie Knife, Blue Steel, sowie neun weitere Skins für euch zu gewinnen. Wie ihr das schaffen könnt, erfahrt ihr im kommenden Video. Und da sind wir auch schon in-game angekommen, leider in einem Spiel, das schon läuft. Wollt ihr Fick? Dieses Gift-Way wird diesmal etwas anders laufen. Erstes Mal vielen Dank an Chino-Saft, denn von Chino ist dieses Knife. Er hat das mir geschenkt, um es an euch weiter zu verschenken. Und von ihm kommen auch diverse Vorstellungen, wie das Ganze zu laufen hat. Hauptsächlich die Vorstellung, dass... Ja gut, ich sag halt mal so, ne? Oh shit, dude, get the camera. 16 AP. Oh! Es geht hier um ein gemischtes Gift-Way, also man kann auf YouTube oder über YouTube, beziehungsweise eben über Gleam mitmachen, aber auch im Livestream gezogen werden als Gewinner. Und es soll etwas mehr fokussiert auf den Livestream laufen, dieses Mal. Es können sechs Leute gezogen werden, sechs Gewinner über den Livestream. Und vier Gewinner über YouTube, Twitter und so weiter, eben über Gleam. Ihr wisst ja, da kann man mit verschiedenen Konten reinentern, mit Facebook und so weiter und so fort. Der Link zu Gleam steht auch wieder in der Beschreibung. Diesmal etwas weiter unten, denn mir ist ganz wichtig, dass hier wirklich nur Leute mitmachen, die mich auch verstehen. Nicht nur irgendwelche Geier, die schnell was abstauben wollen. Es geht hier wirklich nur um deutschsprachige. Man muss nicht Deutscher sein, aber man soll mich halt einfach verstehen, ne? Weil sonst lohnt es sich auch nicht, mich zu abonnieren, mir zu folgen oder wie auch immer. Ich denke, das ist vollkommen klar. Und deswegen habe ich den Link auch ein bisschen weiter unten versteckt, dass nicht jeder Vollidiot reinkommt. Äh, Giveaway! Alter, willst du mich gerade ficken? Komm schon! Verstehen! Na! Okay, okay. Er klaut ihn mir. Er klaut ihn mir. Oh! So sieht's aus, mein Kind! Ich werde auch noch sowas wie Only German dazuschreiben. Ähm, ja, dann habt ihr anderen auch einfach nochmal ein bisschen bessere Chancen. Ich denke, es ist klar, warum es eben keinen Sinn macht, dass mich dann... Ich kille ein Ultra Nice, dann fickt er mich von hinten einfach nieder. What? Komm her! Um jetzt auf den genauen Ablauf zu kommen. Also, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr jetzt direkt schon mal über Gleam einfach reinentern, so wie im letzten Giveaway auch. Und dann seid ihr da schon mal am Start. Wie gesagt, es werden nur vier Leute von, ähm, YouTube und so weiter gezogen. Der Fokus soll auf den Streams liegen. Für alle, die ganz neu sind und sich fragen, was ist da los mit den Streams, ich streame jeden auf Fuck Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Dieses Knife-Giveaway wird jetzt etwas über einen Monat lang laufen, damit ihr die Bubble-Dollar sammeln könnt und so weiter und so fort. Es ist, äh, für alle, ähm, offen. Also auf Twitch. Ihr müsst kein, äh, Subscriber sein oder so, nur um das noch erwähnt zu haben. Es wird auch bald Subscriber, also Only Subscriber-Giveaways geben. Aber, nein. Was? Weil, äh, halt auch nicht immer, ne, weil ich will natürlich, dass jeder mal was bekommen kann und nicht immer nur die Subscriber, dass man nicht gezwungen ist, irgendwie ein Abo zu kaufen und so weiter und so fort. Und dieses Mal ist es eben auch offen für alle. Und Gleam ist ja so oder so offen für alle, da ist es eh wurscht. Ich hab auch schon überlegt, einfach zwei Stream-Termine dann zu machen, nach diesen, ich sag mal, eineinhalb Monaten, damit es nicht an einem Termin liegt, an dem man dann vielleicht doch keine Zeit hat. So werde ich es ganz festgemacht. Also Livestream dann zwei Termine, wo man eben als Gewinner gezogen werden kann. Das heißt, es werden einmal drei und danach nochmal drei Leute gezogen, um eben die sechs Leute von, ähm, Twitch zu erhalten und die vier Leute, die anderweitig reinkommen, über Gleam. Der Link ist, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Die stehen ja dann fest, einfach über Gleam, ja. Die kann ich über Gleam einfach ziehen lassen. Das ist echt angenehm. So hab ich dann am Schluss eine Liste von zehn Leuten. Diese Liste wird dann einmal random rotiert und so stehen dann die Gewinner fest. Platz eins bekommt das Knife, Platz zwei bekommt ihr zweiten Skin, Platz drei bekommt ihr dritten Skin und so weiter und so fort. Und so kommen dann die zehn Skins raus und der erste erhält eben das Knife. Mal häng ich mal eine Tür. What the fuck? Hör doch mal eine Tür? Ich bin doch grad bescheuert, ne? Jetzt mal ohne Witz, hier war doch eine Tür, Leute, oder? Bitte sagt, dass ich nicht wahnsinnig bin, hier war eine Tür. Ja, also um das einfach nochmal zusammen gerafft sagen zu können, über Gleam werden vier Leute gezogen und live sechs Leute. Daraus wird die Liste gemacht, die wird dann randomisiert und schon haben wir zehn Gewinner und so weiter und so fort. Ey, ey, er ist hinten, was? Er steht bei uns rum und schnittelt mir da von hinten einfach ins Rückgrat. Ich glaub, es geht los. Okay, jetzt geh ich ran nach dem... Jetzt kommt die Killsch... Aber jetzt im Ernst... Oh, wie er gedacht hat, er kann mich irgendwie kaputt machen, aber... Nicht mit mir, mein Sohn. Direkt mal die krasse Mucke angemacht, verstehst du mich? Stream deck for the win. Damit geh ich so ab, du, ich sag es dir. Oh mein Gott, wie ich den gelegt hab, nur wegen der Musik. Ach, ach du meine Güte. Ich hab grad meinen Groove-Fun gehabt, ich hab grad richtig gebattelt und sowas. Ich hab grad taten Durchfall gehabt und dann kommt er und muss mich einfach da von meinem Thron runterholen. Finde ich nicht gut. Finde ich rein ökonomisch gesehen. Oh, inhuman erections. Nein! Denied! Oh fuck, scheiße. Tophia macht kräftig mit, falls ihr jetzt schon den genauen Termin wissen wollt, wann das Giveaway vorbei ist, könnt ihr ja gerne auf Gelingen schauen, da steht es, also auch wenn ihr darüber nicht reinhören wollt, könnt ihr draufklicken, da steht, bis wann das läuft. Also jetzt im Video hab ich mir jetzt noch keine großen Gedanken gemacht, da ist es ein Mate. Aber eineinhalb Monate, so Pi mal Daumen. Also Knife-Give-Ways mach ich meistens so ein bis zwei Monate und eineinhalb Monate ist dann doch so ne ganz gute... Sage mal! Tobi! Ich bin ein Tier. Oh, die letzten vier Kills alle von mir, ich muss gut sein. Oh ja, ich weiß, nach unten ziehen ist scheiße, ne? Ja, ja. Auf Cash, jedes Mal bei Headshot auf B, ich krieg eh mal die Fresse poliert, wenn da einer von unten kommt. Komm, jetzt noch ein Win zum Ende hier, das wird grad passen. Ach komm, du bist ein Saftsack, ey. Der Slow HP, der Slow HP. Was? Shit, shit. Oh Gott! Er neigt mich an! Geht's ihm zu gut! Oh, scheiße. Ich denke, es ist jetzt alles klar, ne? Über Klimen könnt ihr direkt mitmachen. Livestreams gibt es extra zwei Termine, die ich bekannt gebe über Videos und auch in, ähm... Auf Twitter... Ah, nein! Du neigst mir nicht, ich hab keinen Bock runter zu gehen auf die andere Scheißwaffe, die ich eben hatte. Wie peinlich. So, ja, und die Gewinner, passt auf, ganz wichtig, wie ihr kontaktiert werdet. Es wird nach wie vor, ähm, so gehandhabt, dass der Gewinner von mir, oder die Gewinner, in dem Fall ja die Gewinner, von mir in einem Video genannt werden, ja? Da sag ich dann, hey, du, 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 und ihr habt übrigens alle gewonnen, und dann erwarte ich natürlich, dass ihr, äh, antwortet, euch meldet, äh, also was schreibt so wie, oh, cool, ich hab gehört, ich hab gewonnen, nice, freut mich. Und dann brauchen mich die Gewinner nämlich nur noch mit ihrer E-Mail-Adresse, mit der sie sich bei Gleam anmelden, wenn die Gewinner über Gleam kamen, die Leute über Twitch, das wird anders geregelt. Über diese E-Mail-Adressen brauchen sie mich ja nur noch anzuschreiben, auf meine E-Mail-Adresse, die dann auch unter dem Gewinner-Video steht, so von wegen, hey, ich hab gewonnen, hier ist mein Trade-Link. Und schon erhält man seinen Skin, das heißt, und jetzt ist es doch ganz, ganz wichtig, ich denke, äh, einige Skin-Reihe haben schon abgeschaltet, das heißt, sie haben keine Chance, ihren Gewinner abzuholen, ihr müsst euch melden bei mir. Und ihr solltet natürlich auch möglichst die Videos schauen, äh, die ich fabriziere, also keine Sorge, die Gewinner, sage ich, ich geh ja mal raus, das reicht jetzt, in einem Counter-Strike-Video an. Und natürlich auch sehr zeitnah, also wenn das Giveaway vorbei ist, in den kommenden, äh, vier, fünf, sechs Tagen, maximal sieben, also maximal die Woche nach dem Giveaway-Ende, werden die Gewinner bekannt gegeben. Aber es ist natürlich wichtig, dass ihr die Videos auch schaut, weil ihr sonst nicht mitbekommt, dass ihr gewonnen habt und euren Skin eben nicht bekommt. Also ich trage das niemandem hinterher, ja, so mache ich das schon immer, wir haben uns irgendwann mal vor längerem ausgedacht, also die Community und ich, die Dummbubbler und ich, dass das der beste Weg gegen Skin-Gyre ist. Weil kein Skin-Gyre schaut sich die Videos an, die wollen einfach nur Skins, man, verpissen sich dann wieder, aber die haben halt no fucking Chance, die Skins dann auch zu bekommen. Ja, das war's eigentlich soweit. Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr, da haue ich auch sehr oft Skins raus. Jetzt nicht jedes Mal knives natürlich, aber da gibt es auch immer Skin-Gyre-Ways, also es lohnt sich vorbeizuschauen, natürlich ist die Unterhaltung auch on point, ganz klar. Vielen Dank an euch an der Stelle für die ganzen Daumen auf die Wingman-Folgen, die kommen wohl sehr gut bei euch an. Das freut mich und wollen natürlich stark, denn diese Sachen machen uns auch echt Spaß, also einfach so ein bisschen vor uns hinzocken, das ist auch ungeschnitten für euch, dass ihr wirklich 100% mitbekommt von dem, was wir da so treiben, ähm, und ja, Dankeschön dafür, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao! Scheiße, es ist schon spät, meine Augen werden trocken. Scheiße, es ist schon spät, meine Augen werden trocken.